Mit der Viana App, das macht Spaß, die gibt es hier und ist leider nur auf dem iPad verfügbar. Wenn man sie startet, ein Video aufnehmen, das schaut dann so aus. Und beim Video aufnehmen stellt man sich dieses Tablet als Ebene vor und die Bewegung auch als Ebene. Und diese Ebenen sollen zueinander parallel sein, also keiner läuft auf Tablet zu. Irgendwo braucht man noch einen Maßstab und Tablet ruhig halten und dann gibt es ein schönes Video. Der erste Schritt ist hier zuschneiden. Also hier, also wenn der Ball die Hand verlässt, starte ich und wenn er unten aufkommt, stoppe ich. Meistens hat man vor und nachher noch Szenen, die man nicht braucht, wegschneiden. Zweiter Schritt ist der Maßstab, also hier hinklicken, Punkt, Punkt. In dem Fall habe ich hier 80 Zentimeter, klickt Zentimeter, 80 Zentimeter, wobei Meter ist eigentlich besser. 0,8 Meter wäre schlauer gewesen, so schlau war ich leider nicht. Dann im nächsten auf Koordinatensystem klicken und dann kann ich dieses da so hinschieben. Hier habe ich X, da oben habe ich Y. Ich würde immer das Koordinatensystem so in den Startpunkt legen, ist meistens ganz gut. Und nächsten Schritt, die Objektverfolgung. Also wir haben erst Schneiden, dann Maßstab, dann Koordinatensystem. Jetzt wird es spannend, ich klicke das an und zwar mache ich hier automatisch. Sonst, wenn das nicht funktioniert, kann ich es manuell machen. Und wenn ich zum Beispiel mich selber, wenn ich hier durchs Zimmer laufe, könnte ich mir ein gelben Post-it irgendwo hinkleben. Und dann würde ich es schön erkennen. Wenn es funktioniert, doppelklicken, dann habe ich hier so eine Punkt-Serie und bin schon weit. Diagramme und eigentlich fertig. Hier erscheinen die Diagramme, die kann ich hier aussuchen. Diagrammtyp. Automatisch kommt immer XY, aber ich will hier so Zeit-Y, hat mich hier am meisten interessiert. Und Zeit-VY. Also die Geschwindigkeit in der Senkrechten. Und damit kann ich schon arbeiten. Ich sehe hier, dass das eher so ein, dieses Zeit-Weg-Diagramm ist eher so eine Parabel. Und das ist eher so eine Gerade. Bei der Geraden kann ich wieder Steigungsdreiecke machen. Das ist ja ein Delta-V und das ist ein Delta-T. Oder was auch sehr elegant ist, im nächsten Schritt, das machen wir hier, Exportieren. Genau, da ist es Export. Und dann als CSV exportieren und schauen, dass man das in Excel öffnet. Und mein extra Video. Okay, also Export ist wichtig, Diagrammtyp ist wichtig und viel Erfolg.